Ich habe schon entdeckt, was hier ein Problem ist. Interessant ist jetzt, was man mit so einem Homecomputer anfangen kann. Ich habe hier ein ganzes Buch mit Anleitungen, wie man das macht. Das Einzige, was man muss, ist einfach eine Sprache lernen. Eine sogenannte Computersprache und das braucht Zeit. Hast du schon einmal rübergekommen? Nein, ich habe ihn nicht rübergekommen. Dann habe ich ja geschrieben. Nein, ich habe doch auch noch keine. Ich kann es gar nicht schreiben.